Glaubst du, er ein guter Fahrer ist? Do you think he is a good driver? Bitte geben Sie mir einen Kaffee. Please give me some coffee. Darf ich Ihren Namen und Adresse? May I have your name and address? Ich habe es zu finden. I have to find it. Die Truppen hatten viele Arme. The troops had plenty of arms. Ich bin auf der Suche für eine Tasche für meine Frau. I'm looking for a bag for my wife. Der Zug hat nicht auf mich warten. The train didn't wait for me. Why did you buy a flower? Der Strom fließt in den Teich. The stream flows into the pond. Alle von ihnen sind nicht schlecht. All of them are not poor. Ich verschlafen, weil mein Wecker nicht gehen. I overslept because my alarm didn't go off. Straßenbahnen werden mit Strom betrieben. Streetcars run on electricity. Es hat sich viel wärmer. It has become much warmer. Kann er englisch sprechen? Can he speak englisch? And he muss sehr hart geübt haben. And you must have practiced very hard. Nichts kann mich zwingen, es aufzugeben. Nothing can force me to give it up. Kennst du ihn? Do you know him? Ich werde bis zum 06.00 für Tom warten. I'll be waiting for Tom until 6 o'clock. Ihr Problem ist ähnlich wie mir. Your problem is similar to mine. Ich habe eine laufende Nase. I have a runny nose. Sie gab ihm einen Pullover an seinem Geburtstag. She gave him a sweater on his birthday. Wir genießen im Gespräch. Wir genießen im Gespräch. Könnte ich das Zimmer wechseln? Können Sie sich etwas dort drüben? Können Sie sich etwas dort drüben sehen? Ich lief außer Atem. Ich lief außer Atem. Ich sehe jetzt das Leben anders als früher. Wissen Sie, ob Sie Englisch sprechen können? Do you know whether she can speak English? Sie wirkte ihn. She choked him. Ich konnte nicht eine definitive Antwort von ihm bekommen. I couldn't get a definite answer from him. Ich weiß nicht, ob Sie sie mögen oder nicht. Ich weiß nicht, ob Sie sie mögen oder nicht. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ich werde hier für ein paar Tage zu bleiben. I am going to stay here for a couple of days. Welche Zeit haben Sie dort ankommen? What time did you arrive there? Haben Sie irgendwelche Tagestouren haben? Do you have any day tours? Ich bin hungrig, weil ich nicht zu Mittag gegessen haben. Er ist ein Experte bei der Lösung dieser Probleme. Er ist ein Experte bei der Lösung dieser Probleme. Er ist ein Experte bei der Lösung dieser Probleme. Sie ist in meinem Alter. She is about my age. Muss ich studieren? Do I have to study? Warum gehen wir nicht ein Taxi nehmen? Why don't we take a taxi? Dies ist ein Bild von meiner Schwester. This is a picture of my sister. Ich habe einige Fehler gemacht auf dem Prüfstand. I made some mistakes on the test. Ich habe auf der Station gewesen, sie zu verabschieden. I have been to the station to see her off. Was ist der Preis für diese Mütze? Was ist der Preis für diese Mütze? Was ist der Preis für diese Mütze? What is the price of this cap? Er hält zwei Katzen. Er hält zwei Katzen. He keeps two cats. Was ist der Zweck ihrer Reise? Können Sie mir nicht etwas tun, um zu helfen? Can't you do something to help me? Lassen Sie uns eine Pause für Kaffee nehmen. Let's take a break for coffee. Ich hatte eine harte Zeit. I had a hard time. Ich denke, ich werde ein neues Auto kaufen. Ich denke, ich werde ein neues Auto kaufen. Sie warteten auf ihn stundenlang. Sie warteten auf ihn stundenlang. Sie hat ihn für hundert Zeit. Sie half dem alten Mann über die Straße. Sie half dem alten Mann über die Straße. Sie hat den alten Mann über die Straße. Sie stellte ihn absichtlich in Gefahr. Sie stellte ihn absichtlich in Gefahr. Sie deliberately exposed ihn to danger. Hat Tom helfen gestern seine Mutter? Did Tom helfen gestern seine Mutter? Did Tom help his mother yesterday? Bitte geben Sie mir ein Blatt Papier. Bitte geben Sie mir ein Blatt Papier. Das ist eine Tabelle. Das ist eine Tabelle. Welche Zeit bekommt man jeden Tag? Er ist ein guter Schwimmer. Er ist ein guter Schwimmer. Was in der Welt machst du da? Ich wollte schon immer, sie zu treffen. Ich wollte schon immer, sie zu treffen. Ich wollte dich treffen. Nach dem Sturm war es ruhig. Es war hier, dass ich sie sah. Es war hier, dass ich sie sah. Entweder Tom oder ich muss gehen. Meine Großmutter lebt allein. Meine Großmutter lebt allein. Er liegt durch die Zähne. Der Mann beraubt Susanne alle ihr Geld. Der Mann beraubt Susanne alle ihr Geld. Die Leute sagen nicht, das mehr. People don't say that anymore. Wie war dein Tag? How was your day? Ich muss jetzt gehen. I have to go now. Er hat über das Geschäft seines Vaters genommen. Er hat über das Geschäft seines Vaters gemacht. Wir hatten sehr viel Schnee im letzten Jahr. Wir hatten sehr viel Schnee im letzten Jahr. Wir hatten sehr viel Schnee im letzten Jahr. Wir hatten mega Schnee im continental Abend. Wir hatten sehr viel Schnee. Muchas Då habenegangen euchведuert. Vielen Dank.